ich möchte dich ganz herzlich begrüßen im dschungel heute so meine lieben es geht also weiter ja es gibt nicht nur garnelen content sondern auch pflanzen content so der chat hier macht was ganz blödes da oben ich meine ist ja ganz schön dass er nach oben wachsen will aber da oben ist endegelände das heißt da geht es nicht weiter und er will sich wohl da jetzt fest haften an der tapete was nicht schlimm ist könnte er aber da oben geht es nicht weiter von da bringt ihm das nichts das heißt ich würde mal ein bisschen kippen einfach so ja wie genau muss ich gleich mal gucken der soll erst mal nach unten gehen hier und wenn er ganz unten angekommen ist dann kann er von mir aus von unten nach oben wachsen an der tapete entlang das ist okay aber da oben bringt das jetzt gar nichts bringt nichts so papaya sieht gut aus muss ich sagen bis jetzt also richtig klasse bin ich doch schon mal ein bisschen zufrieden ich habe mich zwar auch ein bisschen geärgert aber naja gut das blatt geht hier das wissen wir schon das sieht auch nicht so gut aus aber okay werden wir wohl noch mal checken müssen wie das jetzt aussieht bei dem schätzchen so genau geärgert habe ich mich pass auf da gucken wir gleich hier bei unserer luxurien schoko dem philodendron da war ja der philodendron zu hoch oder ist zu hoch sieht schon ein bisschen besser aus hat noch nicht ganz geklappt aber okay ist wenn das blatt sowieso im wachstum ist dann wird sich auch nicht großartig was verändern aber nun ja schauen wir gleich mal so ja die mango sie macht neue blättchen das ist schon mal ganz schön das ist sowieso interessant ich meine was das schätzchen alle schon mitgemacht hat hat sogar schon mal trocken gestanden eine zeit lang und trotzdem geht es ihm gut so die palme bergpalme bekommt gerade neuen blütentrieb das ist diese stange die da wächst da vorne die macht ja eine ein blatt eine blüte ein blatt eine blüte das ist eine total coole geschichte ist das also wollen wir hoffen dass wir bald männchen dabei kriegen so hier wollte ich gucken ach so genau die papaya die sehen nach wie vor gut aus im wasser also da gibt es gar nichts zu meckern ja genauso wie unsere alokasia red secret mit ihrem neuen blättchen das sieht hammer aus ne das sieht echt grandios aus hat schon fast so eine farbe wie eine ich sag mal edelgarnele in dem sinne ja auch da unten das sieht gut aus auch wenn ich jetzt nicht so dran komme wir können trotzdem mal hinzoomen dass wir so ungefähr erkennen können was der sache ist alles weiß alles okay alles cool bis jetzt habe ich die schwache variante immer nachgefüllt das hat ganz gut geklappt bis dato aber da muss ich auch mal checken was sache ist aber nicht alles auf einmal so genau papaya padam pam pam ja also ist schon krass in der landerde ne also es ist phänomenal kokos erde landerde jetzt kann man tatsächlich einen unterschied auch erkennen ich habe heute morgen gegossen ich weiß gar nicht ob da irgendwo schon eine wurzel rauskommt ne nein kann man noch nix sehen ja okay aber was soll ich sagen also bis jetzt bin ich begeistert ne aber da ist jetzt nicht viel mit nachmessen und so ja müssen wir uns so ein bisschen drauf verlassen dass es einfach klappt und dann später mal checken was da soweit sache ist so die alokasia jacklin ja sieht gut aus sieht gut aus sieht gut aus okay gedüngt wird sie mit der schwachen variante ab und zu aber auch mit reinem wasser denn sie hat ja noch nicht viel masse aber sie braucht näherstoffe weil sie masse jetzt ausbildet also blatt aber nicht zu viel denn der topf ist doch relativ groß ein blatt sag ich mal von daher müssen wir noch ein bisschen aufpassen dass da nicht zu viel wird so die atemoya sieht gut aus im austrieb sie hatte mal probleme gehabt vor grauer zeit aber ist jetzt okay sie stand heute morgen trocken aber die blätter waren nicht schlapp aber das töpfchen war trocken aber es hat sie weggesteckt allerdings werde ich so bald auch wieder zurückschneiden so dann gehen wir einmal kurz hier rum ja ähm genau das schätzchen macht sich soweit ganz gut hier ne die tammerinde aber geblüht hat sie bis dato noch nicht sie kriegt immer mal wieder blätter die sie verliert weil sie auch schon mal trocken steht zwischendurch ja ist so ähm frage mich nicht wieso weshalb warum es passiert einfach obwohl wir ja einen selbstbewässerungstopf haben ne aber ja wenn die oberfläche weiß wird dann weiß ich schon äh da ist irgendwas schief gelaufen hier ist ein neuer trieb richtig wunderschön gewachsen allerdings richtig klasse nur wie gesagt geblüht hat sie bis dato noch nie so wirklich nicht obwohl sie ja auch im hellen fenster steht aber okay hier haben wir noch unsere olle alokasia die genau amazonica polly die schon uralt also wirklich uralt die stand auch mal monatelang trocken dann habe ich sie irgendwann wieder gegossen doch sie lebt ist jetzt nicht die schönheit aber doch interessant anzusehen ich will mal eben wackeln ja mal gucken guck mal hier ja da ist nicht viel wurzel die habe ich allerdings auch nie durchgespült oder so und auch nie sauber gemacht wie du gesehen hast okay aber das noch nebenbei die palme macht sich nach wie vor klasse muss ich sagen also das neue blatt ist auch wunderschön herausgewachsen schön kräftig grün hier hat man das ganze in zeoliter ich habe heute morgen die schwache variante mal reingegossen um gegebenenfalls mal zu checken aber was wir praktisch machen weiß ich noch nicht ich bin jetzt gerade erstmal durch sowieso ich habe alles erstmal versorgt im garnelenraum also aquaristik raum und auch hier dementsprechend die pflanzen alle versorgt also ja das sind auch ganz genügsame die brauchen ganz wenig wasser und ganz wenig dünger ist schon krass ne die Hoyas hat allerdings noch nie geblüht aber sie hat jetzt so ein paar neue blättchen ausgebildet hier ist gerade ein bisschen farbintensiv hier vorne aber okay so das hätten wir gecheckt dann gucken wir mal eben worüber ich mich geärgert habe ja ist so ne manchmal ist das so die macht sich gut da hinten ne richtig cool mit dem Basalt äh nicht Basalt äh Marmorkies ne da haben wir diesen schwarzen Marmorkies drin das klappt wunderbar muss ich sagen also richtig klasse ja okay ja jetzt siehst du es ne ich habe es ja gesagt es kommt über Nacht wir hatten sie ja geflutet mit dem Dolomitkalk und ich hatte ja gesagt irgendwas fehlt da bestimmt noch drin und das hatte ich dann in dem Zuge auch noch nicht gemacht aber ob das dann wirklich so ist wisst du was ey alles noch Theorie ne alles Theorie man lernt immer daraus aus dem was man macht jetzt habe ich ein bisschen zu viel Farbe auch hier dran sehe ich gerade ich habe es ja dann gestern rausgestellt hier aus dem äh aus der Suppe und habe dann jetzt mal eben was abgefüllt zum messen ja aber das ist okay bei 7,3 jetzt habe ich mein Micro Siemens Gerät vergessen ist aber auch egal so viel kann das eh nicht sein ähm von daher nun ja siehst du wohl ne und schon haben wir wieder einen braunen Fleck ach das ist auch das ist so ach ja 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 ich wollte ja noch aber ich wollte ja auch erst abwarten und das hast du nicht gesehen ähm Zeolit Silikat ne das haben wir nämlich hier noch nicht drin ja okay das Schätzchen macht sich gut muss ich sagen hier im äh Marmok hieß das ist sowieso grandios dass das so klappt ne pass mal auf ich habe nämlich vorhin irgendwo was lutschen sehen da guck mal da kommt ein neues Blatt und das wächst einfach mal durch das Blatt wieder mit durch ja coole Sache schön dann kommt das nächste Blatt bei der Monstera Albo Varigata hier oder Albo oder Varigata oder whatever ist so ja unser Kaktus mein kleiner grüner Kaktus äh macht Blütenknospen dup dup der steht auch immer trocken also ja nicht immer aber er bekommt nur Wasser ja wenn er halt trocken steht ne vorher nicht also den halte ich nicht kontinuierlich nass was sowieso schwierig ist weil er einen ganz kleinen Topf hat hier ne also da kannst du eh nicht zu nass halten in dem Sinne ähm ja schön dann fängt er jetzt bald an zu blühen also überall sind so kleine Knöspchen jetzt zu sehen ich will mal gucken ob ich ein bisschen näher dran komme hier dass wir das mal sehen können ja ich glaube das kann man erkennen überall sind so klitzekleine Knospen ja okay dann haben wir das auch schon mal das neue Blatt hier von der Alokasia Sabrina macht sich gut das ist ja das Baby was hier mit drin steht so hier sieht alles noch in Ordnung aus zumindest augenschein ich guck trotzdem mal diese Überraschungen die kommen ja mal plötzlich ne wir müssen sowieso abwarten wie das neue Blatt sich entwickelt ich glaub hier werde ich in dem Zuge aber tatsächlich mal auch Zeolit mit reinpacken aber ich muss das erst nochmal genauer betrachten sag ich mal ne betrachten so das wichtigste haben wir jetzt schon fast alles durch das Schätzchen macht sich gut da hinten die Kristallinum richtig klasse ne sieht richtig hübsch aus ja schön auch die Amazonica Polly da macht sich nach wie vor richtig klasse das sind so Sachen da erfreut man sich dran aber es gibt immer gerade so diese Endgegner ne also diese Albus ich schwörs dir eines Tages haben wir ein Special Rezept und dann funzt das hoffe ich zumindestens wenn nicht so auch egal wir doch dann trotzdem weiter rum ist halt so so wir werden gucken was jetzt noch hier wichtig wäre das neue Blatt von der Sabrina hat sich prächtig entfaltet macht wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Größe nun ja abwarten so das haben wir das haben wir das haben wir mal kurz gucken das sieht noch okay aus aber jetzt habe ich auch schon wieder Angst dass das wieder los geht ah das ist so ne das ist wenn du genau weißt es kann passieren ne du weißt nie nur nicht genau wann es passiert oh das ist so ne Sache du ich sage dir ja okay ich glaube dann checken wir jetzt mal wie es hier aussieht dass wir da Gewissheit haben dass der pH-Wert nicht zu hoch ist ich wurde gefragt was denn für Anfänger ja was ich da empfehlen würde am mineralischen Substrat puh schwierig ganz schwierig nein eigentlich einfach eigentlich kannst du jedes mineralische Substrat nehmen man muss nur wissen wie man die Pflanzen darin versorgt das ist nämlich das A und O bei der Geschichte ja das ist so das Substrat selber ist zwar auch schon wichtig aber ich sage es mal so die Pflege also das Düngen und das Wasser das man dazu führt ne das ist eigentlich das A und O bei der ganzen Geschichte nun ja ich würde sagen dann gucke ich mal wie wir jetzt gleich weitermachen hier nach einer gewissen Zeit sind wir jetzt wieder hier ich habe jetzt mal einen Test gemacht und zwar einen Silikat Test weil ich wissen wollte ist da jetzt Silikat mit drin oder nicht ja ist definitiv Silikat drin das ist okay aber man kann es auch an dem Substrat selber sehen hier sind diese hellgrauen Steinchen mit drin ne das ist halt Zeolit also ist das soweit okay da braucht man nichts verändern tja so ist das jetzt sind wir erstmal wieder ratlos was soll's ne macht ja nix macht ja nix ist ja nicht so schlimm so ähm ja jetzt kommen wir nochmal zu den mineralischen Substraten ist nämlich ähm nicht ganz so einfach bin ich jetzt ganz ehrlich weil hör mal auf hier haben wir jetzt ähm das mineralische Substrat das ist von Floragard äh was ich letztens vorgestellt hatte das haben wir ja momentan einmal kurz im Test ich habe auch noch einen Sack davon so perarbeit ist 8 holla die Waldfee ja das ist jetzt natürlich nicht der Burner für ein Philodendron das wissen wir schon brauche ich das Mikrosiemens Messgerät oh nö oh nö da müssen wir noch einmal kurz latschen ja da wollte ich auch noch was gezeigt haben deswegen steht der Drucksprüher da ähm hier hatten wir drin 1400 tatsächlich das hatten wir ja kräftig gespült ne ne 1600 1700 fast ne das ist jetzt hier von dem Schätzchen das hatten wir ja gespült weil der Wert zu hoch war ja vielleicht hätten wir den hohen Wert eigentlich vielleicht lassen sollen ist auch jetzt wieder so nö ne ja was passiert denn wenn jetzt haben wir gespült haben den Mikrosiemenswert runtergebracht also Inhaltsstoffe rausgeholt aus dem Substrat und dementsprechend hat sich der braune Fleck entwickelt aber weißt du was ey Theorie und Praxis wo ich sage es jetzt ist nicht immer ganz so einfach aber ok eins nach dem anderen so also hier haben wir per Arbeit von 8 bei dem Substrat das ist schon heavy und ich habe schon immer nur mit reinem Wasser gegossen allerdings jetzt auch einmal oder zweimal wieder gedüngt mit der schwachen Variante ne ja und trotzdem ist der pH-Bert noch so hoch was haben wir jetzt hier ja passt 280 ne das ist ok aber der pH-Bert ist immer noch zu hoch das heißt wir müssen jetzt mal genauere Tests machen mit den Substraten ja so kommen wir von eins zum anderen ne nehmen wir das aus dem aquaristischen Bereich jetzt erstmal mit das heißt im Klartext werden die Substrate die verschiedenen die ich jetzt habe ich habe allerdings jetzt nicht mehr alle hier ähm mal in Boxen packen mit reinem Wasser um mal zu gucken a wie hoch ist der pH-Bert und b wie lange dauert das bis der runter geht ähm mit welchen Mitteln auch immer in dem Sinne dann ja ok lassen wir jetzt erstmal so stehen würde ich sagen und checken wir kurz die genau die Mango hab ich vorhin Avocado gesagt? ne ne das wäre ein Ding wie sieht denn die Avocado überhaupt aus? lass uns mal einmal kurz gucken ja nach wie vor richtig gut ja die Spitze scheint sich wieder scheint wieder anzuquellen das heißt vielleicht gibt es wieder bald Wachstum hier im Seitentrieb war ja ein bisschen Wachstum oder ist noch das sieht gut aus da gibt es überhaupt nichts zu meckern er stand schon wieder einmal trocken in der Zeit jetzt übrigens seitdem wir das letzte Mal hier waren mal eben gucken wie das aussieht da unten drin ja das sieht gut aus das ist ok so siehste wohl ups hier hat dieser Ring gefallen ach du dickes Ei oh ne ne guck ich gleich nach mit einer Hand kriegt das sowieso nicht hin ja hier ist jetzt die Frage bei dem achso warten wir hier mal kurz gucken sieht nicht so gut aus wenn ich ehrlich bin bei unserem Kakaobäumchen ja das war zu kalt beim Transport das sieht noch relativ gut aus hier naja abwarten vielleicht kriegen wir es ja noch hin ähm ja wäre schade wäre schade wäre schade wenn das jetzt ob es geht ne was wollte ich denn achso genau richtig ähm unsere neuen Schätze von der Frank ähm die Exoten ich habe übrigens in den Bechern hier Löcher unten rein gemacht die waren geschlossen gewesen und einmal am Tag ich zeige es mal eben bekommen die einfach Wasser aufgesprüht auf das Substrat die sind auch verschiedene Substrate tatsächlich um ja erstmal auf Nummer sicher zu gehen dass ich da erstmal jedenfalls was rausspüle weil ja wenn man schon so ein bisschen Erfahrung hat ne dann macht man erstmal das würde ich sagen bevor man irgendwas anderes macht wenn man keine Zeit hat das ist dann die einfachste Variante ne ich lasse das immer so lange bis das unten so ein kleines bisschen durchläuft ne dass wir so die Inhaltsstoffe mit raus bekommen erstmal wie gesagt ne aber ich habe jetzt auch noch nicht die Zeit gehabt hier genau zu checken was Sache ist von daher hier wird es wahrscheinlich Schwierigkeiten geben gehe ich jetzt mal von aus weil das auch so ein gebrannter Tongranulat gebranntes Tongranulat ist ne und die enthalten ja sehr viel Salze das heißt wenn man nicht unbedingt dass jede Pflanze damit Schwierigkeiten hat manche Pflanzen vertragen sowas ja auch aber das ist jetzt so die Maßnahme die ich gemacht habe bis jetzt seitdem sie hier sind ne also gedüngt wurden sie noch nicht sondern immer ein bisschen Wasser durchlaufen lassen also reines Wasser, Osmosewasser um erstmal auf der sicheren Seite zu sein genau wie sieht das denn da aus haben wir da denn Silikat drin jetzt oder nicht weißt du auch nicht ne kannst du mir das mal sagen wäre das doch viel einfacher für mich jetzt hier ne ja ok dann muss ich mal gucken die anderen Avocados sehen gut aus einmal hier im Perlit und hier halt auch im mineralischen Substrat das sieht gut aus soweit der hat ja auch mal Schwierigkeiten gehabt ne aber hat sie gut gemacht wieder den haben wir ja auch kräftig gespürt gehabt ja im Perlit das lassen wir jetzt erstmal so um mal zu gucken wie er sich weiterentwickelt wenn er Schwierigkeiten kriegt oder hops geht ist nicht so schlimm weil ich möchte ja etwas lernen und das kann ich nur wenn ich auch etwas mache ne und das heißt im Platex er bleibt da drin stehen im Normalfall würde ich das würde ich den jetzt mal umpflanzen ne also in normales Mineralsubstrat in dem Sinne aber wir gesehen haben schon die können unter Umständen hohen pH-Wert haben und dann bekommt man natürlich anfangs wieder Schwierigkeiten mit den Klamotten ne das ist nun mal so wir müssen den pH-Wert auf jeden Fall Richtung 6 bringen eigentlich fast bei allen Pflanzen ne außer die Monsteras die sind da ein bisschen anders gestrickt genauso wie die Efeututen aber ansonsten die meisten Pflanzen kannst du echt fast davon ausgehen da bist du auf der sicheren Seite so hier müssen wir auch nochmal checken wie es aussieht ja das mache ich jetzt mal eben beim Elefantenfuß Wasser habe ich noch nicht rausgeholt also noch nicht gewechselt hier ist auch gut was weg da war ja geflutet bis oben hin mal gucken wo das Wasser jetzt steht da steht es da also sie sind gut ja ich würde sagen 2 cm sind weg und so hat auch gut was verbraucht geschadet hat sie ihm auf jeden Fall bis dato nicht trotz alledem müssten wir heute mal wenn denn das Wasser wieder wechseln aber wir gucken erstmal wie es aussieht der hat Elefantenfuß ja wie sieht es aus komm wo kann ich lange aufhalten kann schon sehen hier werden wir gleich was machen Bearbeit ist 7,5 ja immer noch über 7 also immer noch nicht bei 6 obwohl wir jetzt schon ich weiß nicht zum dritten Mal glaube ich geflutet haben das ganze micro siemenswertes 300 passt ist okay das macht nichts ja welches Substrat ist das weißt du es noch weißt du mit Sicherheit ja genau das ist auch das so ein Floragard richtig genau dasselbe wie hier auch jetzt muss ich aber echt mal gucken dass wir von den Herstellern Substrate bekommen um das mal auszutesten wie das aussieht es kann natürlich auch wieder sein wie wir das schon kennen aus allen Bereichen die Chargen dass die auch unterschiedlich vielleicht sind wie auch immer ach das ist nicht so ne ich sage dir deswegen ist es gut wenn man messen kann ist definitiv so wie gesagt wir haben schon dreimal jetzt geflutet das ganze das heißt das Wasser kommt jetzt wieder raus und wird dann wieder geflutet ja okay so das hätten wir was hatte ich jetzt noch genau das machen wir eben habe ich dann die Gießkanne hier stehen wäre ja ganz schön ne dann kommt jetzt hier tatsächlich nur reines Wasser rein erstmal ohne Nährstoffe es ist ja sowieso noch ein bewurzelter Steckling der eh noch am Einwurzeln ist von daher muss er nicht zwingend jetzt viele Nährstoffe haben das ist nicht so das Problem ist hier den pH-Wert runter zu kriegen ist so ne ja und zu dem Thema welches mineralische Substrat kann ich empfehlen schwierig 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 meine im Prinzip ist es ja bei allen Minerals und Substraten dass wir anfangs einen hohen pH-Wert haben aber das hat jetzt doch ein bisschen arg Schwierigkeiten muss ich sagen dass wir da den pH-Wert runter kriegen das sollte ausreichen müssen wir ja gleich auch noch transportieren können dann lasse ich den da jetzt erstmal drin stehen und hole das Wasser erstmal raus ich bin noch nicht so weit weil jetzt gibt es erst noch was anderes wir bleiben nochmal bei unserem Philodendron Luxury & Schoko denn die Mutterpflanze gibt es ja auch noch die haben wir ja ins Wasser gestellt hier und hier haben wir jetzt die pH-Wert von 5,1 mal eben gucken ich habe ihn gerade erst reingestellt kann sein dass er noch ein bisschen weiter runter geht mal eben auf Hold drücken und dann gucken wir mal eben ja wir sind bei 63 hier sind wir noch bei reinem Wasser bei reinem Wasser um ihn zu bewurzeln hier sind wir bei pH-Wert 5 und das klappt gut muss ich sagen wir haben ihn ja tiefer gesetzt um ja Wurzelbildung ich sag mal im oberen Bereich anzuregen und das hat geklappt wunderbar sogar guck mal siehst du wohl der ganze Stecki stand jetzt unter Wasser und macht neue Wurzeln und dann können wir hier unten den Kram hier den können wir vernachlässigen das heißt den können wir irgendwann noch abschneiden und haben dann hier im Prinzip eine fertige neue Pflanze wieder Austriebwerk ist auch wunderbar und wie gesagt im reinen Wasser wohlgemerkt also man sieht schon das klappt dann doch irgendwie alles besser ne fülle ich nicht deswegen wollte ich das eben schnell gemacht haben dann kommt das Wasser erstmal wieder zurück Düngen werde ich noch nicht wir lassen ihn jetzt noch im reinen Wasser ein kleines bisschen kann noch rein ja ein kleines bisschen kann noch rein und warten noch so ein paar Tage dass sich ein bisschen mehr Wurzeln entwickelt haben und wenn das dann soweit ist dann können wir das Schätzchen auch wieder einpflanzen und dann überlegen wir wie wir das dann machen so ok das haben wir das muss ich sauber machen genau das war mir jetzt gerade ganz wichtig ok dann hole ich jetzt just das Wasser raus hier muss ich aber nicht zeigen ok Wasser ist raus Wasser bleibt jetzt auch erstmal raus ich warte jetzt mal so 2-3 Tage dass das Schätzchen nicht ständig jetzt im Wasser steht wobei das auch ein cooles Experiment wäre aber das wollen wir jetzt noch nicht machen ich meine es ist ja schon lange genug gewesen dass wir das gemacht haben in dem Sinne hat das schon mal ganz gut funktioniert so wie sieht es jetzt mit der Papaya aus die sich ja eigentlich schon mal ganz gut macht würde ich sagen so die steht übrigens komplett im Zeolit und natürlich mit dem alten Substrat wo sie vorher drin gestanden ist ganz klarer Fall kann man das noch erkennen ja nicht so da unten kann man es vielleicht sehen da sehen wir auf jeden Fall schon mal eine Wurzel ja das fällt immer so ineinander da kann man es vielleicht erkennen da unten das ist also das Substrat wo er vorher drin stand das müsste, ich weiß gar nicht ob das Gaktien-Premium-Substrat gewesen ist ich glaube ja, bin mir aber nicht sicher aber hier wollen wir auf Nummer sicher gehen und gucken mal ja wir sind bei 5,3 im Zeolit wohlgemerkt das ist eine coole Sache das heißt also im Klartext eigentlich aber wir müssen das noch ausprobieren ich meine das klappt ja schon mal ganz gut hier mit dem Zeolit da bin ich ganz zufrieden mit nur die Frage ist jetzt was könnte man dann als Mix im Prinzip dazusetzen um den pH-Wert auch ein bisschen höher zu bekommen aber brauchen wir eigentlich nicht, warum nicht? weil wir das ja mit Leitungswasser machen können im Verschnitt mit reinem Wasser also das ist dann nicht das Problem so also das ist okay soweit und dann mal gucken wir wie das jetzt aussieht mit dem Mikro-Siemens-Wert sodass wir da nicht zu hoch kommen ja wir sind jetzt bei knapp 800 das ist ja genau, das ist Bescheid einmal kurz auf Hold und dann gucken wir mal wir sind bei 880, ja das ist okay hier muss ich natürlich jetzt aufpassen dass uns der pH-Wert nicht zu weit runter geht aber wie gesagt das kann man hier regulieren mit dem Wasser was man dazu gießt also im Verschnitt dann bleiben wir erstmal dabei hier bei der schwachen Variante würde ich sagen ich hole das Wasser auch gleich einmal komplett raus und dann bin ich erstmal auf der sicheren Seite im Prinzip also so bin ich jetzt erstmal ganz zufrieden muss ich ganz ehrlich sagen weil mit dem Zeolit ballert uns der pH-Wert nicht so hoch das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil aber wie gesagt in der ganzen Thematik sind wir echt noch am Anfang weil ich habe nun mal kein Labor und auch keine, ich sag es mal so keinen Sack vor Geld dass ich mir alles Mögliche kaufen kann und ausprobieren kann ich muss auch mit dem zurecht kommen was wir haben und was wir austesten können aber hier ist definitiv pH-Wert technisch nicht der Burner ob wir das noch hinkriegen schauen wir dann mal ist natürlich abhängig davon was hier halt für Gestein drin ist und wie viel der abgibt das ist halt so ja okay, lassen wir uns dann überraschen wie das damit weiter geht so das haben wir jetzt und und nun achso, genau, richtig, stimmt ja die Mango da wollte ich doch jetzt unbedingt wissen, wie es aussieht weiter geht's so, wie gesagt, das sieht schon mal ganz gut aus mit dem Austrieb, das ist okay soweit so, wie sehen die Werte aus? wir haben auch noch einen hohen pH-Wert von 7,4 hier ich habe ihn gerade erst eingestellt mal gucken, ob er noch steigt in dem Zuge kann ich dann schon mal den Micro Siemens messen hier, den Leitwert na, da komme ich ja nicht dran ja, mit beiden Geräten das ist aber auch immer so eine Sache so wo ist die Hold-Taste da unten so was haben wir drin? das ist gut, wir haben hier 190 Micro Siemens drin übrigens gehe ich auch schon davon aus, dass die Mangos genauso wie die Avocado Schwachzehrer sind da gehe ich definitiv schon mal davon aus und wie gesagt, sie mögen keinen hohen pH-Wert und das ist noch, wir sind bei 7,5 ist noch ein bisschen zu hoch, definitiv ja gut, aber ganz ohne Düngerwechsel natürlich auch nichts das heißt im Klartext, das Wasser kommt dann hier nochmal raus ja, muss ich gleich alleine machen ja, aber ich will ihn jetzt nicht nochmal fluten ich würde sagen, in dem Zuge gieße ich den jetzt erstmal ja, nur mit reinem Wasser aufgedüngt genau dann versorgen wir Schätzchen auch Wasser habe ich rausgegossen und jetzt nehmen wir reines Wasser aufgedüngt mit dem HPE-Dünger so, da können wir mal gucken ach, der steht schon auf Hold Moment, einmal nochmal ausmachen genau, und einmal reinhalten wir sind bei knapp 130 Micro Siemens wie gesagt, ein Milliliter von dem HPE auf 1 Liter Osmosewasser so, davon kriegt er jetzt großen Schluck also ich werde ihn auch schon ein bisschen mehr reingießen um, ja, ich sag es mal so um das dann doch nochmal besser hinzukriegen dessen Flut man auch nochmal kommt genau, so, einmal richtig fluten und dann gucke ich mal die Tage, wie das da aussieht der kann ruhig ein paar Tage in der Flut stehen das macht im Grunde nichts aus so, was jetzt aber was ausmacht ist Dolomitkalk ah, das wird alles ein bisschen verwirrend werden das weiß ich selber ist aber so, nutzt nichts so, wir hatten hier Überschuss ich weiß nicht, ob man das sehen kann da sieht es auf dem Löffel sogar noch Dolomitkalk liegen ich habe hier 10 von den kleinen Messlöffelchen damals reingegeben da ist ja schon einige Zeit her und jetzt holen wir mal nur das Wasser raus hier ein kleines bisschen mehr kann es sein nur das Wasser, so und gucken gleich mal da matschst du einfach hier rum wie das mit dem pH-Welt aussieht dass ich mal so das Maximum rauskriege was das so abgibt weil das wäre schon relevant interessant auf jeden Fall ja, wollen wir gleich mal gucken wie das aussieht auf dem Mikrosiemens-Welt können wir schon mal gucken wie der aussieht wir sind bei 1,1,2 1,1,1 1,1,0 gut, also bei 110 wir sind bei 110 Mikrosiemens, dass wir das schon mal mitnehmen bei der Menge, die wir jetzt dazugegeben haben, wohl gemerkt und ja, es sind halt Tests, macht nichts irgendwann sind wir schlau naja, wollen wir mal hoffen, ne? ich sage dir so, Averroa Carambola das wäre mir jetzt auch noch wichtig wie gesagt, der bleibt jetzt in der Flut stehen hier mal gucken wie das die Tage dann aussieht Maracuja machen sich übrigens nach wie vor gut sieht richtig klasse aus wird auch hier mit der schwachen Variante immer nachgegossen dann kann man auf jeden Fall neue Pflänzchen in dem Sinne so, komm mal her Schätzchen wie sieht es denn jetzt aus bei dir hier drin könnte ich den einfach so rausgezogen ja, so, Wasser ist glas klar den hat man glaube ich auch geflutet gehabt, ne? ist auch schon lange her Wurzeln sehen gut aus ja, die sehen gut aus, das ist okay soweit jetzt habe ich leider einen Untersetzer nicht hier ist egal, ich hole gleich meinen Untersetzer und hole mir Wasser hier raus und dann gucken wir mal, wie das jetzt bei der Averroa Carambola aussieht die sieht gut aus, also so, ne? von der Optik her schon mal richtig schick klasse Wachstum richtig schön also das klappt soweit schon mal da bin ich ganz zufrieden mit so, ja, das ist so, ne? das eine klappt, das andere eben nicht das ist halt so und dafür machen wir das ja, ne? um dann mal zu gucken, ja? was so möglich ist was funzt oder eben auch mal nicht funzt das ist halt so, okay, dann gucke ich mal was Sache ist wir sind bei 8,4 beim Dolomit Kalk im Überschuss auf gut Deutsch gesagt Mikrosiemenswert hatten wir ja schon, ne? genau, das hatten wir schon nehm ich den mal eben raus hier und dann nehm ich das Wasser jetzt von der Averroa Carambola aber da bin ich echt mal gespannt drauf, wie das jetzt aussieht allerdings muss ich den mal kurz abspülen hier genau also hier hat es schon mal gefunzt, muss ich sagen ja gut, das Substrat ist natürlich auch schon recht alt, ne? also das ist jetzt aber auch so, sag ich mal wo man schon mal wieder ein bisschen mehr Kalk dazu bringen kann aber was soll ich sagen, ich meine, er sieht echt klasse aus, ne? das ist eben das, so dann schauen wir mal was wir hier haben oh der ist, ach deswegen hat man das gemacht, richtig, genau der ist immer noch bei 2900 puh holla die Waldfee okay, deswegen hat man das gemacht siehst du wohl, ne? ist doch ganz gut, wenn man sich dann mal wieder ja, das Ganze ranholt, ne? aber was soll ich sagen, ich meine er macht ja nur echt keine Probleme in keiner Art und Weise ja, ist so, macht's ja nix, ne? was machen wir denn nun damit? ja, ich würde sagen, Wasser raus und dann werden wir den erstmal ganz normal pflegen bei der schwachen Variante, würde ich sagen ja, genau und dann schauen wir mal, wie er drauf reagieren wird in der Zeit aber es wäre schon besser, wenn wir den Mist da rauskriegen ehrlich gesagt weil wir wollen ja die Wirkung vom HPE-Dünger, ne? und nicht mit dem alten Mist noch von dem alten Dünger mit da drin im Substrat, weil das Substrat wissen wir ja schon speichert, ne? und das hat schon ordentlich gespeichert im Laufe der Zeit der Jahre, kann man jetzt auch schon sagen übrigens also ja, aber er kommt damit zurecht, man holla die Waldfee okay ich meine, das sieht echt klasse aus, ne? also auch hier, das ist das ist schon fantastisch eigentlich, ne? belassen wir das jetzt so, oder nicht, ne? das ist so die Frage, die ich mir selber stelle gerade ich glaube, wir belassen das ich gieße das Wasser raus und dann kriegt er das nächste Mal einen Schluck von der schwachen Variante und dann bei Zeiten gucken wir einfach nochmal und natürlich, klar, beobachten wir die Pflanze weiter dabei kommen wir jetzt zu der Versteigerung für heute ähm, im aquaristischen Bereich habe ich ja eine Verlosung also eine Abgabe und wir machen hier heute eine Versteigerung von den Juwel-Orchideen die wir gemeinsam bewurzelt und eingepflanzt haben hier beziehungsweise als Stecklinge ins Fagnummoos gestellt und dann halt hier drin bewurzelt die sitzen auch fest drin sind also wunderbar eingewurzelt und von daher dürfen sie jetzt abgegeben werden ihr könnt mir ein Gebot schreiben per E-Mail übrigens, ne? also nicht in den Kommentaren sondern per E-Mail, E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung ich gebe beide zusammen ab weil es auch einfacher ist für mich und ja, wie gesagt, Gebot abgeben wird dein Gebot übersteigert dann bekommst du kurz Bescheid per E-Mail und kannst dann sagen dass du entweder mit weiter steigerst oder sagst, nein, das ist okay so das ist mir dann doch vielleicht zu viel oder wie auch immer also ganz kurz nur und fertig da brauchen wir keinen großen Dampf von machen und bis dato hat das immer ganz gut funktioniert und ich denke mal ja die beiden sind es wert auch dann jetzt neues zuhause zu finden und dann können wir wieder ein paar neue angeben jetzt wird's spannend Dolomitkalk haben wir hier reingegeben übrigens letztes Mal, ne? falls du dich dran erinnern kannst ja, äh was soll ich dazu jetzt sagen wir sind bei Pervet unter 7 also bei 6,7 sagen wir mal, ne? das wundert mich ja jetzt haben wir ja vorhin gesehen in dem Überschuss haben wir Pervet von 8,4 oder 8,5 gehabt, ne? 8,4 glaube ich das entspricht ungefähr unserem Leitungswasser aber dass die Monstera es schafft hier beim Dolomitkalk den Pervet so schnell runter zu bringen ist jetzt ein Wunder oder verwundert einen oder wie auch immer das sehen möchte aber doch gut zu wissen dass das so ist ja, okay nehmen wir erstmal so mit, ne? wie gesagt, das ist manchmal auch ein bisschen verwirrend auch für mich Mikrosiemenswert ist okay wir sind bei 380 also, ja da muss ich mir den Film dazu auch nochmal angucken wie wir den wirklich versorgt haben ich meine wir hätten Dolomitkalk genommen einen von diesen Messlöffelchen auf einen Liter, ne? oder, ja, genau, meine ich doch, ne? und dementsprechend mit dem HPE-Dünger wahrscheinlich einen Milliliter auf einen Liter aber ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen ich habe es mir um die Buch geschrieben aber ist nicht so schlimm so lange ist das noch nicht her da gucke ich einfach nochmal nach wie das aussieht in dem Film und dann nochmal Gewissheit zu haben und dann mache ich nochmal Gedanken wie wir dann jetzt weiter vorgehen also können wir gar nicht mit dem Dolomitkalk den pH-Wert hier so hoch bringen im Wasser und oder aber allgemein dann auch im Substrat oder Erde ja, weißt du was, wir lassen das jetzt so stehen das ist nämlich wirklich ein bisschen irreführend alles ich weiß, aber es nutzt nichts wenn man nichts ausprobiert dann erfährt man ja auch nichts das ist nun mal so, ne? von daher lassen wir das erstmal so stehen okay wir gucken uns das Geschehen jetzt nochmal an also hier hat man pH-Wert unter 7 gehabt bei der Großen ne? und wir haben ja noch die Kleine hier stehen und die haben wir ja auch mit Dolomitkalk versorgt gehabt wobei ich mir nicht mehr wirklich sicher bin ob wir das bei der auch gemacht haben aber ich meine doch gehe ich jetzt mal von aus so, hier haben wir es nämlich auch gemacht und ähm genau dann geh du einmal aus weil wir haben sonst nichts zu tun drücken wir nochmal wir sind jetzt knapp über 8 hier sind wir bei 8,1 ne? wir hatten ja vorhin gemessen 8,4 ne? jetzt sind wir bei 8,1 bei dem Schätzchen selbst der hat das schon runtergebracht hier beim Dolomitkalk wohlgemerkt, ne? interessante Sache auf jeden Fall ja gut dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern wenn dann auch bei der Albo da hinten die man jetzt nicht mehr so wirklich sieht das nicht so wirklich funzt mit dem Dolomitkalk ja okay es ist halt man lernt nur aus dem was man macht Theorie und Praxis wir wissen immer grundsätzlich verschiedene Sachen wir sind hier bei 400 ein paar zerquetschte das ist okay ja gut der wird wohl noch in Ordnung sein da aber nicht mehr da sind wir wieder unter 7 und ich werde jetzt ich sag es mal not notgedrungen einfach hier Leitungswasser dazugießen um den pH-Wert hochzubringen besser ist das, ne? bevor mir hier auch noch was passiert wieder ja dann müssen wir von dem Dolomitkalk in dem Sinne erstmal abgehen und überlegen wie wir da weiter vorgehen ja ist so, ne? okay dann kriegen wir es wahrscheinlich doch nicht hin mit reinem Wasser und Dolomitkalk in dem Sinne okay aber als Zugabe auf jeden Fall denke ich mal werden wir das beibehalten denn im Dolomitkalk ist Kalk sind ja auch noch andere Mineralstoffe drin von daher ja okay wie gesagt wir sind am Ball und versuchen der Dinge auf den Grund zu gehen das heißt im Klartext wir sollten hier auch noch mal kontrollieren wie es aussieht ich hatte heute morgen nämlich schon mal hier ein Stück rausgeschnitten wieder da waren wir so ein bisschen braunanteil und er ist ja gerade dabei ein neues Blatt zu bekommen da sieht man die kleine Spitze ne? und dann ist das ja immer Holland in Not wenn was Neues rauswächst jedes Mal so wir hatten ihn ja schon mal mit Leitungswasser geflutet falls ihr euch daran erinnern kann so wir sind bei 6,4 wir sind wieder unter 7 tada so ja okay und das jetzt wie gesagt hier im Zeolit hier hatten wir alle den Dings das mit dem Dolomitkalk glaube ich noch nicht gemacht bin mir nicht sicher ähm ich glaube nicht so ist das manchmal ne? sollen wir eben gucken wie das aussieht wir sind bei 900 ja das ist okay soweit ähm Klartext ja Dünger brauchen wir nicht aber ups Leitungswasser brauchen wir ich hab jetzt nur noch einen kleinen Schluck hier den kriegt der jetzt notfalls erstmal rein und dann gießt ich gleich noch einen Schluck hinterher um den pH-Wert wieder höher zu bringen also das klappt mit dem Leitungswasser auf jeden Fall besser ja okay ist dann doch gut wenn man in Ruhe mal wieder so ein bisschen guckt ne? auf jeden Fall und so ist es so ist manches ist ganz schön verwirrend ich weiß aber bei dem Monsteras ist es nach wie vor der pH-Wert der wichtig ist ne? okay wir müssen auf über 7 kommen nach Möglichkeit bis dato wer weiß was sich alles noch im Laufe der Jahre zeigen wird das machen wir ohne viel Tamtam sofort weiter ähm warte mal auf die Verlosung haben wir jetzt angesprochen eigentlich eine ganz easy coole Sache haben wir schon ein paar Mal gemacht das klappt wunderbar so wir kommen nochmal zum Zeolit beim Zeolit wir wissen ist also beim Zeolit so dass dort so gut wie nicht gar kein ist aber sehr wenig Härtebildner drin oder sind wenig Härtebildner drin was natürlich optimal ist für Pflanzen die ein saures Milieu mögen ne? weil da kriegt man dann der pH-Wert relativ schnell runter und das klappt wunderbar gerade es ist eigentlich für die meisten Zimmerpflanzen sage ich mal optimal für die meisten ne? außer jetzt ein paar Spezies die wir haben wo wir uns ja intensiv drum kümmern auch wenn das den einen oder anderen nervt mich nervt das übrigens auch bin ich ganz ehrlich aber ich habe mir ein Ziel gesetzt das heraus zu bekommen wie man das hinbekommen kann und deswegen beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Thematik da gibt es sicherlich noch andere Wege wir haben ja schon Marmorkies beispielsweise ne? schwarzen Marmorkies das funzt ja richtig klasse damit muss ich sagen also das ist schon mal eine richtig tolle Sache und das eben auch zu der Thematik welches Substrat kann ich empfehlen? ganz ehrlich es gibt so viele verschiedenste Einzelbestandteile ne? die man sich selber zusammenmixen kann beispielsweise ne? da kommen wir dann irgendwann später mal zu weil so weit sind wir noch lange nicht denn gerade eben was Marmor angeht wo wir gesehen haben das ist ja nun mal funktioniert bei den Monsteras vorsichtig andere Zimmerpflanzen nicht zu empfehlen aber bei den Monsteras ist das eine coole Sache warum gucke ich rum weil ich eine Pflanze finden wollte aber das weiß ich jetzt auch nicht so also hier haben wir jetzt eine Bergpalme drin ein Baby im Zeolit das klappt wunderbar muss ich sagen also bis dato richtig klasse können wir bei Gelegenheit auch mal checken Wurzelwachstum ist okay ist sogar hier unten jetzt zu sehen ich weiß nicht ob wir das hinbekommen ich versuch's mal ja kann man sehen ne? da kommt ein schönes Würzelchen raus also das klappt wunderbar muss ich sagen ne? obwohl das so grob strukturiert ist hier also viele Löcher drin klar anfangs muss man gucken dass es immer schön nass ist feucht ist logischerweise ne? und ähm hier haben wir bis dato auch wenn denn gegossen mit der schwachen Variante also relativ wenig Kalk also ein Viertel Kalk in dem Sinne eigentlich ein Viertel Kalk sondern ein Viertel Leitungswasser ähm und eben die schwache Variante gegossen und gedüngt aber da wir sehr wenig Wurzeln haben müssen wir aufpassen dass wir nicht überdüngen ne? das wissen wir schon denn auch diese Steine speichern Inhaltsstoffe und da wo die Wurzeln nicht hinkommen und das rausholen können oder wegnehmen können da bleibt das eben ne? und wenn man dann ständig düngt immer wieder und immer wieder also kontinuierlich wie wir das eigentlich früher gemacht haben dann kommt es sehr schnell zu einem Überschuss und das ist natürlich kontraproduktiv ne? da müssen wir auch so ein bisschen die Waage finden wie oft man dann düngt das ist aber abhängig von der Größe der Pflanze von dem Volumen des Topfes ne? und so weiter und so fort also das ist dann da gibt es keine pauschalen Aussagen für das kannst du knicken so einmal die Woche düngen zum Beispiel wäre vielleicht eine wo Alternative wo man sagen kann da ist man da auf der sicheren Seite aber hier müssen wir halt mehr mit Wasser versorgen wenn wir sie jetzt so halten ne? und dann gießen wir halt was dazu genau reines Wasser in der Regel aber man muss schon auch wissen was die Pflanzen verbrauchen und wenn man das nicht weiß dann kann man das auch nicht Pi mal Daumen machen das geht einfach nicht eine gewisse Zeit lang funktioniert das ne? aber irgendwann eben nicht mehr weil entweder hat man irgendwann zu viel Dünger drin oder man hat irgendwann zu wenig Kalk drin oder man hat irgendwann zu viel Kalk drin oder wie auch immer und die Pflanzen reagieren dann dementsprechend das ist nun mal so im besten Fall wie man sieht wenn das Wurzelwachstum gut aussieht dann ist in der Regel alles okay aber wie gesagt man kann sich nicht drauf verlassen weil immer wenn man immer was dazu führt ab einer gewissen Zeit gibt es irgendwo eine Differenz ne? aber ganz wichtig nochmal kurz erwähnen wenn du dir da nicht sicher bist und keinen Bock auf Messen hast dann spül die Klamotten einfach durch zwischendurch lass es mal richtig regnen oder stell einfach komplett alles unter Wasser im Prinzip reines Wasser in dem Sinne im besten Falle außer ein paar Spezies wie wir wissen wie die Monsteras ansonsten bist du da auf der sicheren Seite ne? dann kannst du ihn als Schopf erstmal rausholen stellst du dann nach 2-3 Tagen wieder normal auf den Untersetzer oder einen Übertopf oder wie auch immer und dann düngst du normal in deinem Intervall wie du das bisher auch gemacht hast ne? du bist da auf der sicheren Seite da ist nochmal kurz erwähnt denn ich denke mal ist schon wichtig zu wissen ähm genau so Klartext nicht jedes Substrat ist geeignet für jede Pflanze ähm wenn man es genau nimmt ähm wo wir jetzt unseren Elefantenfuß reingepflanzt haben das Mineralsubstrat hätte man eigentlich von Anfang an sagen müssen ja das sollten wir vielleicht doch ein bisschen anders zusammenstellen das Substrat damit wir eben nicht auf diesen hohen pH-Wert kommen ich wusste allerdings auch nicht dass der pH-Wert jetzt so kontinuierlich so lange so hoch bleibt das wusste ich nicht in der Regel ist es so wenn ich dann in der Regel sind alle Mineralsubstrate im pH-Wert relativ hoch aber in der Regel wenn man dann das durchspült und dementsprechend mit reinem Wasser reagiert und düngt dann ist das nach ein paar Mal ist das dann geht der pH-Wert runter und dann sind die Substrate auch irgendwann ausgelutscht ne? aber hier ist es jetzt eben doch extrem muss ich sagen also es ist bis jetzt nicht gelungen die pH-Wert runter zu bringen und von daher ist es dann ich sag mal so vielleicht nicht die Frage welches Substrat kann ich empfehlen sondern vielleicht sollte man sagen welches Substrat kann ich nicht empfehlen aber auch da nochmal gesagt jede Charge kann anders sein bei den Herstellern ne? denn in der Regel ist es so die Hersteller lassen das irgendwo mischen in Fabriken die das machen ne? das machen die Hersteller also die das verkaufen nicht selber die haben nicht so so riesen Anlagen dafür das lassen die woanders machen dann lassen das abpacken in ihren Label Tüten wo ihr Name drauf steht und fertig ne? und die wissen selber gar nicht so richtig was da ankommt bei denen was sie dann verkaufen ja das ist halt so ne? wenn man selber nicht in der Produktion steckt das ist dann so ne? da kriegst du zwar das was du bestellt hast vielleicht aber du kannst da nicht so wirklich reingucken ne? und wenn du das selber dann nicht checkst dann kannst du unter Umständen Pech haben und die irgendwann kauft deine keiner mehr dein Substrat dann dementsprechend ne? ne? okay ich sag's aber so die wenigsten werden sich die Mühe machen und nachmessen oder so sondern wundern sich einfach nur warum die Pflanzen irgendwann Schrott gehen ne? ne? ja so ist das eben im Leben ich muss das alles mitteilen weil ich bin für keine Firma verantwortlich oder dergleichen sondern wir sehen das was hier passiert ne? und nehmen das alles mit vielleicht mach ich auch mal Fehler oder so vielleicht hab ich da ja auch Fehler gemacht ne? ne? aber ich wie mir dessen nicht bewusst bin ich ganz ehrlich und deswegen machen wir demnächst jetzt ein paar Tests aber ich muss gucken dass ich wirklich einige Mineralsubstrate zusammen bekomme von Herstellern ne? also nicht Einzelbestandteil die ich mir irgendwo herhole sondern wirklich fertige Substrate und die checken wir dann mal einfach genauer und guck mal was da Sache ist ich denke mal das könnte aufschlussreicher sein als wenn ich irgendwas empfehle weil ich wenn ich etwas empfehle wenn ich jetzt ich kann zwar sagen ich benutze das und ich kann dir auch zeigen wie ich reagiere wenn irgendwas nicht passt aber ich kann dir nicht ein Substrat empfehlen in dem Sinne weil ich weiß nie was da drin steckt weil ich bin weder der Verkäufer noch der Hersteller von diesem von daher ist es eigentlich muss ich jetzt selber gucken in dem Sinne ist so ne? klar ich könnte mir jetzt wenn ich einen Sponsor hätte und der mir im Monat 1000 Euro zahlt dann könnte ich sagen das Produkt das ist das was du brauchst ja ne aber dem ist eben nicht so und von daher machen wir das eben so wie es sich gehört so okay Ende Gelände genug gelabert ich habe gestern den ganzen Tag geschlafen ich wollte eigentlich nachmittag irgendwo hinfahren jemanden besuchen ich habe mich kurz nach eins hingelegt oder so und abends um halb acht bin ich wach geworden ich dachte das kann nicht wahr sein ganze Zeit weg einfach so verpufft ne? oder die Waldfee oder die Waldfee aber okay ich habe es gebraucht ich war anschließend immer noch müde und kaputt bin dann auch abends ja ich gehe mal spät ins Bett ganz ehrlich gehe mal nach Mitternacht irgendwann ins Bett ich bin nur Nachtmensch auch und habe aber trotzdem komplett die ganze Nacht durch geschlafen bis heute morgen halb acht glaube ich sogar dachte ich näher kann nicht sein aber okay ist ja schön wenn das so klappt meine ausnahmsweise so das soll reichen für heute wie gesagt wir machen jetzt kein Tamtam sondern wir machen jetzt einfach mal den Bildschirm aus